Das Ferienanlagetherme 3000 liegt in Moravsketoblis in Slowenien. Es liegen keine weiteren Empfehlungen für das Hotel vor. Das Hotel bekommt 2,3 von 6 Sonnen und scheint in vielen Bereichen Verbesserungspotenzial aufzuweisen. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 14 vorhandenen vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Für die zufriedenstellende Lage des Hotels vergeben die Gäste 3,5 von 6 Sonnen. Service Für den Service vergeben die Gäste des Hotels 2,8 von 6 Sonnen. Zimmer Die von den Gästen vergebenen 2,4 von 6 Sonnen für die Ausstattung der Zimmer bieten. Viel Raum für Verbesserungen. Gastronomie Gastronomisch enttäuscht die Küche des Hotels. Die Gäste geben nur 2 von 6 Sonnen für die Küche. Sport und Unterhaltungsprogramme Bei dem Unterhaltungs- und Sportprogramm konnte das Hotel die Gäste nicht überzeugen. Es erhält nur 1,8 von 6 Sonnen. Hotel allgemein Die Kategorie Hotel allgemein umfasst die Sauberkeit und Zustand des Hotels. Hier scheint das Hotel die Erwartungen der Gäste nicht gerecht zu werden und erhält nur 1,7 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.